dann überlege ich mal ob ich vielleicht noch irgendwas anderes statt der elektrofalle ob die elektrofalle ist ja gar nicht so stark ach natürlich ich könnte mal wieder meinen mein wolfram mitnehmen den wandwolf wo ist er denn da ist er ich würde gerne die leute hier unter der decke abfangen genau das sind ja die ersten zwei runden kann man genau so bauen mühlauter wir wollten dann ein mühlauter haben dann kriegt ihr den welchen daniel ja meine leute wollen dich auch ein bisschen was ich kann ich habe noch ein bisschen was übrig ich kann gleich den ersten weg schonmals zu machen aber ich nüschel doch so gerne ja dann schaut es schon mal gut aus die feinde bereiten sich darauf vor eines unserer tore aufzubrechen sie haben ein tor aufgebrochen wir haben gleich ein bisschen folgt hier das oder nur irgendwo sind wir die bogen schützen die da habe ich schon mal weg da kommen weitere feinde ich fühle mich nicht so gut warte mal okay ich bin mal laden okay schade 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 ich war gerade so schön oben gestanden und konnte die bogenschützen abschießen oder da eine barrikade wird angegriffen warte mal ein richtig zu knacken was du ihn immer vergisst manch was ist denn los hier immer schön auf cooldown halten naja passt versuchen wir mal alles weg bauen dann nach der runde man die feinde greifen an einer weiteren front an vorsicht unsere feinde sind erneut durchgebrochen ok da kommen sie in unserem riss raum sind feinde ups ok irgendwas geht es nicht ganz aus aber auch oder okay ich bin doch schön tschüss sie sind fast da doch da kommen noch zum assassinen ein windes und so noch mal feinde beim riss Sie sind fast da! Du musst mit dem alle Ding abbauen. Hm? Ich habe zwei Karten, damit ich dich hinbauen kann. Warum du denkst? Das sollte gut sein. Aber wieso passst du die hier vorne weg? Weil die dann nicht fündig sind von der Reihenfolge. Damit ich hier die quer bauen kann. Okay. Wir haben die zwei Breite, das hat auch Nachteile. Wenn ich nur ein Feld brauche zum Zumachen. Das stimmt, ja. Feinde beim Riss! Oh, das kommt aber nicht in den Büchern. Das führt sich alles zu. Einfach an. Oh, oh. Das werden sie wohl nicht nochmal probieren. Erzähl deine Freunde davon. Sie sind fast da! Oh, geht ja nicht. Du bist tot. Ich brauche noch eh irgendwas für die Wand, was Gold produziert. Ach komm, sag doch gleich. Du willst hier die Bananenplantage, ne? Ja. Aber dann wüsste ich ja, wie es ausschaut. Ich baue hier die ganze Zeit Barrikaden und Damage und du baust nur Bananenplantage. In unserem Rissrauch sind Feinde! Mein Leben ist niedrig. Ganz kurz lauten. Ich investiere gerne in meine Zukunft. Ja, 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 ja. Anlagen mit bester Rendite. Oh, so, sind alle. Äh, hast du denn schon alles? Okay, du hast ja Übersicht, wie du das bauen willst, ne? Weil ich hab's irgendwie nicht. Ich hab zwar eine Übersicht, aber... Unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch. Warte, zwei Teilekarten können wir noch. Äh, hier, äh, warte mal dann hier. Hier. Quer? Aber, einfach nur voll machen. Zummachen. Ja, einfach zum. Okay. Genau. Bogenschützen da hinten. Ich weiß nicht, was wir jetzt. Autsch, Kopfschmerzen. Kurz feil ihn Quotieria werde ich schon wieder vergessen da, haha, die Lava-Pools. So, ähm, da noch den hier, okay, gut. Okay, also das mit dem, mit dem Slalomlauf, das, äh, auf die Idee wäre ich auch noch gekommen. Also wir haben die damals auf jeden Fall auch dahinter geführt, aber halt quasi nur einmal mehr oder weniger im Kreis. Aber das mit dem Slalom ist echt keine dumme Idee. Ja, vor allem mit drüber schmeißen, das ist halt richtig cool. Es ist halt aber leider genau die eine Stelle, wo das Lava-Ding runterschmeißt. Aber, naja, ich hab Schlimmeres. Jetzt haben wir, naja, 2 Minuten 30 haben wir noch, was können wir? Mal schauen, was können wir? Irgendwo, ach da hinten ist irgendwo noch einer. Ne, geht aber, wir haben 2 Minuten, das passt. Würde mich wundern, wenn das jetzt nicht umhaut. Und komm nicht wieder. Das Mal haben. Das sieht noch immer so ruhig aus, wenn du probierst, diese großen Stein-Golems da zu schmeißen und es einfach nur so einen kleinen Hopster quasi gibt. Hehehe. Okay, jetzt müssen wir hier eigentlich alle weg sein, ne? Ja, genau. Na komm, wollen wir einfach noch Fogen setzen hier hin. Ja, ich will nicht mehr DBS. Ja, guck mal, wir haben noch 40 Sekunden, das musst du eigentlich. Ich glaub, genau, wir sind jetzt alle schon aus dem Tor raus. Fallen dann hier auch schon um. Oh, warte mal, da kommt noch mal der Schwung. Oh je. Sie greifen die Barrikade an. Ah, das könnte jetzt aber doch nochmal. Mal gucken. Lass sie herkommen, lass sie herkommen, Daniel. Wenn wir auf dem Fallen Damage haben. Das wird ein Foto-Finish. Das wird ein Foto-Finish. Das wird ein Foto-Finish. Jawoll. Na also, 5 Sekunden. On Point. Wow, schon 3, schon 5. Okay. Das Ding ist nur, ich weiß mittlerweile echt nichts, was ich mit meinem Shadow anfangen soll. Ich hab jetzt 96, äh 103. Achso, ich hab 48, aber, also, ja. Genau. Genau, Aber promoter li suddenly.